Klassik auf Klick. Das SWR 2 Musikstück der Woche. Ludwig van Beethoven. Klavierkonzert Nummer 3 C-Moll Op. 37. Pianist ist das SWR 2 New Talent Alexej Gorlatsch. Es spielt das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Dirigent ist Nicolas Simon. Ein Konzert vom 29. November 2013 aus dem Konzerthaus Karlsruhe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020